Habe ich das schon erwähnt mit Buyukai und welches Event von einem ehemaligen Mitschüler mich das erinnert? Habe ich schon mal erzählt, oder? Ich darf mich nicht daran erinnern. Na, das war auf jeden Fall mein Mitschüler, der so ein bisschen, naja, so ein bisschen so sehr ökomäßig war. Auf jeden Fall die ganze Familie so komplett alternativ, natural. Die hatten auch keinen Fernseher. Ja, auf jeden Fall hatte der auch so Anteilnahme bei irgendwelchen Jugendorganisationen von der NABU und so, Naturschutzbund und sowas, so Greenpeace. Und da gab es immer das Buyukai-Festival, wo niemand wusste, was das heißt, er selber auch nicht. Und dann hat er immer so Flyer vorbereitet und designt und da stand dann immer, sei dabei beim Buyukai. So, und jetzt kommst du mit deinem Char aus dem Nichts. So, wie ist er? Ja, vielleicht bin ich sein Halbbruder. Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Die Familie hat halt auch richtig mystisch gehaust, muss man sagen. Die Eltern waren getrennt, wohnten aber mit allen Kindern und den neuen Lebenspartner gemeinsam im Haus. Mitten im Wald. Was? Ja. Was? Geil. Das ist auch der mit der Katze, die Wusch heißt. Ja, wisst ihr, warum die Katze Wusch heißt? Wusch! Ja, Tobi ist aber auf der Spur auf jeden Fall. Die mal weggehuscht ist. Naja, nee, tatsächlich war das, dass sie Räusch, als sie in eine der Bärenfallen im Garten gesteppt ist und dann nur noch drei Beine hatte. Was? Bin ich aber... Was? Das ist voll gemein, aber... Es ist eine Familie, die mitten im Wald wohnt, dessen Katze Wusch heißt, weil in den Garten Bärenfallen sind und wahrscheinlich, dass die Katze nach dem Geräusch benannt worden ist, nachdem sie ein Bein verloren hat. Ja. Und mit den neuen Lebenspartnern, obwohl sie getrennt sind, in ein Haus. Ja. Der Sohn hat kein Handy. Und die gehen zu einem Festival namens Buju... Dings da. Ja. Und du sagst, das sind ganz nette Menschen. Ja, die sind toll. Alter, ich habe auf Ali-Seite gewonnen. Gezäckt? Was zum Fick? Jawohl. Auf jeden Fall sollte die Kugel halt oben drin schweben, glaube ich, ne? Und das ist... Aber warum, Junge? Warum liegt jetzt hier eine Leiche, Mann? Warum bei meiner Letzten? Noch ist keiner aufgestanden. Ich sehe auch keinen anderen rumfliegen. Heute Mittag waren Druide da, der mir die geklaut hat, der Wichser. Echt? Dann habe ich zu spät gesehen, dass sie auch nur Level 90 war, hätte ich dann einfach fighten können. Gönnt mir jetzt einfach die Kiste, Mann. So, jetzt müsst ihr sie gleich stellen. Come on, perfect timed. Ey, ne, da ist wirklich... Da ist ein 120er. Oh, der tötet mich! Ich fass es nicht. Meine letzte Kiste. Ey, ne. Und er stand hier echt in Stairs. Ja, wir bleiben einfach bis drei Uhr morgens wach und dann holst du sie dir. Was für ein dummer Assi, Alter. Scheiß, Alter. Kannst du noch irgendwo anders gucken? Ne, ne? Das bringt ja auch nichts. Ja, ich brauche das ja auf einem Jar. Oh. Ja, weißt du, irgendwelche komisch möchtige Androiden, die jetzt hier einen auf... Ich kann am Wochenende bis zwölf Uhr wach bleiben machen, Alter. Was für Möchtige an Ottos, wirklich. Es ist niemand in dieser Arena. Und wenn da jetzt einer aus dem Shuttle springen sollte, Alter. Ne, der Goblin geht gerade noch runter. Es ist drei Uhr eins, Alter. Ja, ja, der läuft ja um drei erst los, quasi. Aber er geht besser gesagt. Dann geht er die Runde, dann geht er so wie wenn du einen Hunter Pit in Katmogu quasi runterziehen willst. Und jetzt geht er in die Mitte. Bei der letzten Millisekunde wirst du angehittet und getötet. Halt dein Maul. So, ich gehe jetzt zu dieser Kiste hin. Ich loote sie. Oh, ein Glück Nummer zwölf. Oh, geil. Dankeschön. Funk hat eine Glatze und ich habe zwölf Insignien. Insignien, ja. Großmeister der Arena. Zwölf Abzeichen. Da ist es. Ne, warte. Hä? Das ist gar nicht das Erbstück. Das ist ein blauer Schmuck für Stufe 60 oder so. Achso, vielleicht loote ich dann in der nächsten... Vielleicht kann ich dann in der nächsten Kiste das Erbstück looten oder so. Wie machst du das jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich springe jetzt aus dem Fenster. Ne, ich glaube, es stand da, wenn du das zwölfmal gemacht hast und diesen großmeister Erfolg hast, dann lootest du quasi in der nächsten Kiste das Erbstück. Also musst du nochmal drei Stunden warten. Ja, aber das passiert dann einem anderen Tag. Rommelwirbel hier. Mach mal bitte. Ja, aber nicht so lange. Erläuft sehr langsam. Kiste steht. Ich loote. Es ist wirklich wer da. Es stand wirklich in Schorke die ganze Zeit hier rum. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Hat er dich gemacht? Ja, na klar. Oh mein Gott. Du war ja auch 90 damals. Ja, aber er kam nicht. Er stand hier seit 20 Minuten oder so rum. In Verstohlenheit. Oh mein Gott. Sollte es wirklich die Möglichkeit sein? Ja, da ist es. Juhu. Juhu. Jetzt hat es. Es hat nur tausend Jahre gedauert. Dankeschön.